Jetzt kommt unsere Zugabe. Yes. Wir hätten das auch dramatisieren können, indem wir jetzt abgegangen wären. Und dann hättet ihr hoffentlich hier draußen Zugabe gerufen. Und dann wären wir ganz überrascht und erfreut wieder rausgekommen. Oder so. Die letzten drei Stückchen schon so häppchenweise als Zugabe präsentieren. Aber ist ja auch Risiko. Dann sitzt man da und dann ruft keiner Zugabe. Und dann Stress, ne? Stress. Yes. So einen Stress machen wir nicht. Für euch nicht. Für uns nicht. Wir sagen das an. Das war unser letztes Stück. Jetzt kommt unsere Zugabe und dann ist Schluss. Unsere Zugabe ist ein Stück, das Harry von Tabelle für uns geschrieben hat. Da wir aber nicht aus Jamaika kommen, sondern aus großen Kneten, haben wir es etwas umgeändert. Bei uns heißt es Trio Bommerlunde Featuring Karl Knapp und Trio Angel. Das war's. Dib7 already. Dib7-D iiii-hoh. Dib7-D iiii-hoh. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sitzen am Restaurant, wir stellen uns noch ne Runde Maria kommt und sagt, das war der letzte Bummer, Lunde, and we wanna go home 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 Ein noch Bummer, Lunde, and we wanna go home Bummer, Lunde, and we wanna go home